test 1 2 3 1 2 3 4 was auch immer outriders wie hast du expedition gebirgstation expedition gebirgstation mit dem teil hier nicht durch die kamera und ich hoffe gleich mal rein in die action was er eine testversion für meine videokamera da oben die neue ist ich habe jetzt schon scharfschützenprobleme nicht mal die schwierigste schwierigkeit und ich krieg auf die fresse wo ist das sniper da oben krieg ich den natürlich nicht das war's mit mir das ist nicht die schwierige stufe ok ok noch mal reinhupfen das aufwärmen erst ich habe es nicht so weit geschafft deine schuld webcap hat mich nervös gemacht so versuchen wir gleich mal durchstürmen und ins scharfschützen zu erwischen ich hole mir dich sniper das krieg noch mal auf die nuss das war vielleicht doch ein fehler ja das war ein fehler wir sterben will er ich komme ich zu dem scharfschützen rüber das ist nicht die schwierigste stufe es ist eine stufe drunter aber anscheinend bin ich selbst für das zu schwach richtiger shotgun und schauen dass ich mir den scharfschützen hole guter anfang das letzte mal dass ich die gespielt habe ist auch nicht besser gegangen ich glaube ich komme nicht rüber oh wow ich kann runtercampen probieren das geht runtercampen unter dem rückending da nein 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 nicht probier es nicht warum nehme ich so viel schaden ist das ein boss nein nicht mal ein boss was und jetzt pusht keiner wir waffen wechseln halt oh das schaut ja gar nicht so schlecht aus das sturmgewehr das gefällt mir doch noch einen clip nein nur einen clip vielleicht kann ich mal mit dem sturmgewehr den sniper holen ja wir sind jetzt sturmgewehrtypen das ist ein karabiner oh das okay wo ist er der scharfschütze oh wir haben wieder neue leute dann gehen wir halt weiter explodieren da das ist eine entscheide party wo rennt sie hin oh wow habe ich keine money mehr ich habe keine money mehr ich habe keine money mehr letztes letzter versuch oh wow mal schauen haben wir das ist eine scharfschützung gewährt so versuchen wir den sniper mal zuerst runterzuholen das hat mehr schuss als die andere waffe warum nicht warum nicht jetzt kann ich in deckung gehen geht man in deckung in diesem spiel so viel mass effect gespielt hab ich sie erwischt leider das ist einfach ein sniper spielen jetzt mit dem money so mal leer schießen das ist gar kein schlechtes scharfschützengewehr vielleicht schaffe ich jetzt einmal dieses level hat es rauf geschafft jetzt habe ich gar nicht gewusst dass er das kann wo ist der boss wurscht weiter snappen einer hat es wieder rauf geschafft er weiß noch nicht dass die money bei mir oben ist das heißt ich kann spammen so viel wie ich brauche okay dann haben wir halt die assi klitschtaktiken wo ist meine money da ist sie mit distanzkampf man muss nur wissen wie man das spiel klitscht dann passt schon alles sniper gefällt mir ich habe fast Lust wieder neu zu starten und auf schafte zum gewehrleiter zu leveln Kopf raus nein er streckt ihn raus er hat gute heilrate auch so kommen schon die neuen leute macht schaden so ich meine eine einzige 47er waffe hat blitze schaffen sie es rauf ja Mist verschwendet das war auch für nichts ach schau hat es wieder rauf geschafft darf gleich runter fliegen ja so spielt wir uns das level durch nicht das beste ziel gerade jetzt wird er rauf geschafft auch nicht die laufenden typen tun mir leid da oben stehen schon ziemlich viele an der brücke ich bin weggeholt weg mit dir einer schafft es immer rauf hier nichts ihr seid alle am verrecken sorry Jungs okay weiter mit dieser Taktik wird wieder ein 40 Minuten Video mit einem anderen Sturmgewehr besser oh falsch besser machen kann wo ist es hier wie das Ziel von der Waffe ist oh mein Ziel ist nicht gut nee nicht besser ich habe sowieso die Shotgun weggegeben okay wir sind an Scharfstütze jetzt Kopf raus nein wurscht rein stürmen das geben wir es halt der stirbt gleich durch Granaten dann stürmen wir die Brücke ja solange jetzt kein Snapper mehr kommt von der Ecke drüben ohje was habe ich getan ich habe es verschrien ich habe es verschrien sie kommen alle oh die Waffe macht Schaden perfekten Headclitch Spot auch hopf nice try mit der Versuch mit der Versuch mit der Versuch wieder ich fühle mich mutig puh ich fühle mich nicht mutig ich glaube ich habe wieder eine Welle ausgelöst und schreibe Blitze auf Kopf das Jungs ihr könnt ruhig und mir verrecken ohje 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 den kriegen wir weg den kriegen wir weg ohje die Waffe ist echt gut sogar auf kurze Distanz schaut euch das an wirklich die nächsten Bosse wie euch denn das verdient natürlich jetzt haben wir Sniper ohje ohje japp ned bis zu krass Tschüss.